Ich bin voll erschrocken, man. Denkst du, fuck, jetzt kommt einer von hinten. Du bist nur mit einer Axt. Ich gehe schon mal hoch. Hast du das Apartment schon gecheckt? Ne, die Apartment zeichne ich noch gar nicht. Ich habe nicht überwacht dein Gebiet hier. Ich kann sogar den nackt rumlaufen und die Apartment checken. Ich bin ein Aufpasser. Hey Kilroy, moin moin. Ich bin ein Aufpasser. Ich bin ein Aufpasser. hallo youtube lp hallo jesse pinkmann herzlich willkommen über unseren youtube channel cool dann bringt ja doch was nein freut mich dass ihr da seid leute wir sind heute ein bisschen camping unterwegs mal wieder ganz selten normalerweise sind wir immer so rambo tour weise rein rennen und gibt ihm sowas aber heute mal einfach mal chillen mal wie die anderen spieler wir sind ja immer die die rein rennen und da gibt es halt über die camper die uns immer weg snacken wollen heute wollen wir mal auf camper machen und mal gucken was passiert mein title bb maxi hallo jasmin moin moin eine junge frau wie geht es hier 48 stunden wärme zu viel ich mache 24 stunden live stream wenn wir hier auf twitch eine million aufrufe haben also das sind noch ungefähr 150.000 man ist soweit dann machen wir auch mal einen 24 stunden versuch mit gästen und allem drum und dran jede stunde eingehen sommer fix abk messi kannst du auch so gut fußball spielen wie messi nein so gut nicht ne also das muss ich nie haben 48 stunden ich spiele zwar auch gerne und viel aber dass mir dann zu viel vor allen dingen brauche ich meinen schlaf dann mache ich lieber zweimal zwölf stunden mit richtig viel party in guter laune weil ich ausgeschlafen bin als einmal 48 stunden oder was weiß ich 24 stunden hinter einem baum kennst du frei bild warte mal ich hoffe der zerstört mir jetzt nicht meine meine max der mikro sagt ist gerade afg wenn er wieder da ist dann wir wollten mal einfach ein bisschen kurz erwarten wenn ich euch mal ein trick zeigen wie meine makarov in der granaten munition hat explosions money makarov guck mal du gehst auf deinem inventar ne makarov mac macht rechtsklick und drückt einmal s a s a s a drückt wieder gehe makarov money rechtsklick s a s a s a und dann schießt du dann hast du granaten muni explodierende munition geil oder explodierende munition für deine makarov supergeil hier glaubt ihr mir nicht hier passt auf rechtsklick aber immer nur ein schuss s a s a s a und dann schießt ich wieder einfach mal hier wird was ich da die ging nicht doch mal das fehlerhaft s a s a s a habe ich falsch gedrückt da jetzt und dann schießt sie doch mal explosions money muss halt s a s a s a drücken dann geht das meine damen und herren danke für die aufmerksamkeit das war das tutorial die mann mit mit so auf youtube hochladen mit die zuschauer für alle die es nicht wussten ja das waren die landkästen dann kästen in origins explodieren wenn man drauf schießt also jetzt nicht denken ich bin hacker oder ich habe euch ein bisschen getrollt ich fand das lustig ich meine es war ja jetzt auch lustig ich bin 176 glaube ich irgendwie so um den dreh es ist variiert von tag zu tag je nachdem wie warm oder wie kalt es ist freiwillig mit einem freiwillig keine ahnung habe ich schon mal gehört so eine band ne meinst du oder meinst du jetzt die tiere freies wild holofanty willkommen zurück bist du wieder da am weg ich bin mir gesagt warum kommt hier keiner vorbei hier ist so eigentlich immer action stelle stimmt lange ist es her bbl viel spaß maxi ja ich hoffe da ab hier hier ist die klaus hallo hausputz da wabert da wabert da wabert bbl wabert 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 z mit was ist der Lappen mir jetzt afg Ah, der geht tatsächlich runter. Der geht tatsächlich runter. Der geht tatsächlich runter. Der geht tatsächlich runter. Hinlegen geht nicht. Können wir nicht hinlegen. Hätte ich schon gemacht, wenn ich könnte. Was haben Sie denn geändert? Früher kommt es hier runter. Ja. 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 Ja.